Du alti Drecksau. Patsch! Ich muss noch in der Rare dauern. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich guck da hin. Ah, Neil. Du gehst ja gar nicht richtig mit. Du bist Patel, du bewegst deine Füße ja gar nicht. If at any point in the game, you need to re-calibrate your play space. Was haben wir denn hier? Hoppa, hoppa. Lecker, du. Ich weiß noch, als ich noch ein Mädchen war. Krass, Mann. Was habe ich denn in Erdnernschubladen? Nix. Ist ja peinlich. Oh, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wenn ich hier hingehe, dann vibrieren die, weil ich hier nicht durch kann. Ich kann da nicht hin lang. Aber Erdnernschubbel kann ich mal schon, du. What? Guck mal, guck mal, Achtung. Ich drehe mich kurz um. Hu! Guck mal! Uh! Das ist total hä. Nein, fuck, das Feuer. Mach das doch aus. Es ist direkt zugegangen, zum Glück. Ich hasse es, wenn es hier brennt. Ich muss noch in der Rache da, warte, Mann. Ah, letzte Zigarre, du. Hm. Die ist super. Weggeschnipst, meine Freunde. Ich möchte diesen. Diesen. Start. Start, hab ich gesagt! Oh, das war ja einfach, Alter. Ich könnte auch so locker beim LPD-Detective arbeiten, als Wachmann. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Du alti Drecksau. Fuck, da ist jemand. Wie gut ich in Uniform aussehe. Das merke die Frau bestimmt. Schau auf die Fense, um es glänzend zu machen. Und navigieren zu es, indem du den richtigen Trackpad klickst. Achso, wir rennen schon. Achso. Leute, ich lauf gerade. Halt die Rache! Ha, ist das bescheuert! Okay, ich weiß nicht, was ist jetzt eingestellt. Beam ist eingestellt. Don't make me chase you! Don't make me chase you, motherfucker! Warum ist das jetzt so eingestellt? Stehen geblieben! Oder ich werde sie verschlagen. Aber aufs Brutalste. Bunkert! Peng! Besser, Mann! Bitch! Ich war früher Zuhälter, verstehst du mich? Ich war mal Zuhälter! Guck mal, der lacht! Du bist doch blööööööö! So, wie ist das, wenn man die Nussgeschlage bekommt? Nicht gut, ich weiß. Bleib liege. Krass. Guck dir das an! Bei Gorn habe ich kurz Probleme gehabt. mit diesem movement aber es lag vor allem daran weil die fps gedroppt sind gerade eben dieses rennen also dieses kurze rennen was ich so gemacht habe war echt gar nicht schlimm vor allem wenn ich dabei so mach wie so ein affe ormd it dangerous dude geh ins auto ich hab's doch eine uhr we'll take that bitch aha warte kurz hier lang hier lang what the fuck in die andere richtung genauso okay grip the handle please take your sit in position or stand if you prefer and right click sitting oh achso alles ist ein bisschen unrealistisch wenn ich jetzt stehe ich fahre nur mit einer hand dass ich den kollektor ein bisschen aufgreifen kann ich drücke das richtig guck mal ich muss den choke ziehen warte mal ich muss den fakt ist die falsche hand brumm brumm mach du das mal kurz ich habe keine zeit das ist zurückgegangen du musst es halten okay du musst es festhalten nimmst du das mal okay was ist was kann man hier machen nein ich bin die fahrerei übersprungen nee ich renne vor beim du ruhig hinne war ein scherz hallo fängt direkt an zu heulen wie so ein gras dackel ne ich bin doch da ich meine schon auch dass es zu warm ist da drin was ich mal kurz so wird ein schuh draus low ride motherfucker low ride okay hier nimmst du das wieder sagt ihnen einfach dass wir unterweg das blut dahinten okay warte kurz diesmal drücken wir nicht diesen scheiß warp knopf es steht sogar drauf to start the engine grip the ignition key to tune it brumm brumm press the right trigger to accelerate brumm brumm motherfucker wie gefällt dir das ist das cool was ich oh fuck hast du das glaube ich echt gemütlicher ohne flachsitz das gute ist immer wenn ich gas gebe mache ich die hand so zusammen dass du sehen kannst ob ich gerade gas gebe oder nicht okay das fahren ist echt chillig ne das fahren ist tausendmal weniger krass wie das laufen ah was ist es ist es so unbequem warte mal warte mal du hast da was voll eklig okay wir fahren ja schon ist in ordnung oh fuck ich habe den lecker nicht in der hand ich habe schön die karte im blick fuck wir müssen hier rechts oh shit oh das ist es doch gar nicht das ist nicht der richtige weg gott ach gott bissel nach links oh fuck sorry ist ein ort willst du fahren es ist sau schwer zu fahren mit so alten autos weiß ich komme aus einer ganz anderen zeit verständlich wir sind da gut oh shit oh shit give the pump with your other hand warte wir müssen dahin leute ich will euch nicht abschließen also wie ich dahinten diese warte kurz kimmel und korn panisch panisch panisch